Neuer Tag und neues BVB-Video. Heute verzeiht mir mal in der Podcast-Variante. Es sind hier 40 Grad in Berlin und ich sitze hier nackt vorm Mikrofon. Ihr wollt das, glaube ich, nicht sehen und es wäre auch nicht so YouTube-freundlich. Von daher erspare ich euch jetzt weitere Details. Und warum erkläre ich mich hier überhaupt? Aber egal, dann habt ihr was zu lachen. Und wir haben auch im doppelten Sinne Grund zur Freude und was zu lachen, denn der Deal, und ja, ich spreche ihn zum hundertsten Mal wahrscheinlich wieder falsch aus, Gurassi und Borussia Dortmund haben sich jetzt geeinigt und das wurde jetzt kundgetan. Die Vorstellung soll noch die Woche dann passieren und das ist doch ein guter Deal, würde ich sagen. Also günstiger kann man einen Top-Stürmer nicht holen von dem Format, der in der Bundesliga schon mal fast 30 Tore gemacht hat. Solche Spieler kosten in der Regel 40, 50, 60 Millionen heutzutage. Von daher ist das wirklich super und ich bin sehr, sehr glücklich, weil er auch eine riesige Lücke dann hinterlassen, nee, schließen wird, nicht hinterlassen wird. Er wird eine riesige Lücke bei Stuttgart hinterlassen und wir müssen uns leider Gottes VfB Dortmund wahrscheinlich in Zukunft hier und da mal nennen lassen. Und ich habe es ja jetzt Gag auch schon eingeführt, es ist natürlich schon so ein bisschen fies, aber ich hoffe, dass es dann auch der letzte Spieler von Stuttgart ist, zumindest in der Transferperiode. Für die Zukunft will ich meine Hand hier nicht ins Feuer legen, aber für diese Transferperiode sollte es dann dabei belassen werden, wie ich finde. Dann geht es hier weiter. Was sich bereits seit Wochen entwickelt hat, ist jetzt so gut wie finalisiert. Gourassi wird Dortmunder. Nach Sky-Informationen gibt es jetzt eine komplette Einigung zwischen dem 28-jährigen Stürmer und Borussia Dortmund. Laut meinen Infos, was ich jetzt gelesen habe, wird der auch einen Vierjahresvertrag unterschreiben und die Kaufoption wird gezogen, die bei 18,5 Millionen Euro liegen soll, plus minus eine Million. Also das ist doch dann schon mal eine dufte Nummer, würde ich jetzt mal so sagen. Und ja, dann kommen wir gleich zum nächsten Update. Die News nehme ich hier mit euch einfach nochmal rein. Es geht nochmal um Adiemi und Scherzi. Und Scherzi bereitet wohl ein 30-Millionen-Angebot vor. Dann werden sich jetzt einige wundern. Mensch, wir wollten doch mal einen Spieler von Scherzi haben. Und der hätte doch ungefähr das gekostet, was auch so ein Adiemi wert ist. Hätte man das nicht vielleicht einfach verrechnen können? Ja, und das sind auch einige User der Meinung. Bei Scherzi verlangt man 45 Millionen für Matzen und kommt dann ein paar Wochen später und will Adiemi für 30 Millionen. Für 30 Millionen bekommt man nicht mal mehr einen Flügelverteidiger aus der Türkei, geschweige denn einen 22-Jährigen mit Adiemis-Potenzial. Ja, und ich finde auch, man sollte sich jetzt auch nicht abzocken lassen, weil Scherzi war auch nicht so eigentlich kulant mit uns und kam uns jetzt entgegen und hat gesagt, Mensch, dann nimmt den halt für 28 Millionen und fertig. Briefmarke rauf. Nee, die haben dann eine Nummer mit Aston Villa gedreht, um da die Bilanzen zu frisieren. Ob das jetzt so ganz mit dem Financial Fairplay übereinstimmt, weiß ich nicht. Ich fand das sehr dubios, was die da gemacht haben. Aber sei es drum, trotzdem halt ein Skandal, dass die da 45 Millionen für Matzen verlangt haben. Ich glaube aber auch, dass Borussia Dortmund diese Klausel von 35 Millionen, die wohl im Vertrag stand, nicht gezogen hat. Und dann ist man auch wiederum selber schuld. Andersherum, wenn die jetzt an Adiemi, und das weiß man ja auch ein paar Wochen vorher, Interesse haben, dann hätte man das doch irgendwie noch deichseln können. Also jetzt ist der Matzen-Deal mit Aston Villa durch. Man hat ja alles schön frisiert. Und jetzt will man für Adiemi 30 Millionen zahlen, was zwar marktgerecht wäre, aber ich finde, unter 45 Millionen würde ich den Hörer aus London, den Hörer nicht abnehmen für den Anruf aus London. Mein Gott, schwieriges Deutsch. Aber es ist auch heiß hier. Habe ich das schon erwähnt. Aber ja, also ich würde auch sagen, dann lieber zu Juventus. Ich würde zwar ganz ehrlich, das macht jetzt gar keinen Sinn, aber ich würde aus Trott schon fast lieber Juventus für 30 Millionen den Spieler verkaufen, als für Chelsea. Zu Chelsea den zu geben, nach der Nummer mit Matzen. Also keine Ahnung. Aber ich finde auch, dass mit dem Potenzial, was Adiemi hat, man auch locker 35 oder 40 Millionen verlangen kann. Vielleicht sogar 45 Millionen, weil wie gesagt, die Preise sind durch die Decke gegangen. Und hier wird schon richtig erwähnt, man kriegt für 30 Millionen noch nicht mal einen Guardioglu, der jetzt eine ganz gute EM gespielt hat und ansonsten in der türkischen Liga unterwegs war. Also selbst der wird deutlich teurer vermutlich werden. Also warum sollte man jetzt einen Adiemi, der in der Bundesliga schon in der stärkeren Liga überzeugt hat, in der Champions League auch schon geklänzt hat, für 30 Millionen abgeben? Also würde ich auch nicht machen. Und hier ist auch noch ein User, Grüße gehen raus, aus der Meinung, hätte man schön in den Matzen-Deal einbauen können. Das ist dann halt so ein Ding. Da hat auch jemand gleich kommentiert, jo, hätten wir 50 für Matzen bezahlt und die 40 für Adiemi. Wir sind schließlich die Erfinder solcher Deals, Ewanilz und Amoroso. Ja, ist alles irgendwie so ein bisschen dubios. Ich kann mich auch noch an den Deal erinnern, wo das dann hin und her ging. Man dann auch sich gefragt hat, okay, was soll das denn jetzt? Aber gut, manchmal macht das dann bilanztechnisch Sinn. Ich würde aber auch sagen, dass man dort eine Chance beiderseitig vertan hat, die man hätte vielleicht anders nutzen können. Und wenn das halt nicht anders möglich war, weil Schelzi da irgendwie die Bilanzen frisieren musste, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man halt Matzen in der Liga halten wollte, zum Konkurrenten abgeben wollte, also dann hätte man das doch auch irgendwie mit Dortmund machen können und keine Ahnung. Also man hätte ja auch sagen können, ich weiß es nicht, man hätte sich da, glaube ich, einigen können, sagen wir mal so. Man hat es nicht getan und jetzt wollen die relativ günstigen Spieler von uns haben mit enormen Potenzial und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass Adiemi das definitiv hat und da würde ich sagen, warum sollen wir jetzt den Londonern entgegenkommen? Zurück nochmal zu Gourassi, ein sehr, sehr guter Transfer. Wie gesagt, wird die Lücken schließen, die wir vorne haben. Ja, Halea, die Geschichte ist leider ohne Happy End bei uns zu Ende gegangen. Sehr, sehr traurig, hätte ihn sehr gerne nochmal mit einem Titel bei uns gesehen. Aber nun gut, so sei es. Hat immerhin gegen Atletico noch ein sehr wichtiges Auswärtstor für uns geschossen in der Champions League und ist Afrika-Meister geworden mit der Elfenbeinküste. Aber bei uns war das jetzt alles sehr unschön. Von der Krankheit angefangen, verschossene Elfmeter und dann halt in der zweiten Saison eigentlich gar keine Rolle mehr gespielt. Sehr bitter. Moukou ist ein riesiges Talent, den würde ich gerne halten. Und ja, Fülkou als zweiter Stürmer, es geht schlechter. Er hat ja in der Nationalmannschaft ja auch ganz gut funktioniert als Joker. Aber ich würde ganz klar sagen, dass man jetzt natürlich auch Kourassi als Nummer eins einen plant und der natürlich auch mit diesem Mindset nach Dortmund kommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt Bock hat, sich bei uns auf die Bank dauerhaft zu setzen. Klar, Konkurrenzkampf wird es geben und der wird sicherlich bei uns auch mal auf der Bank sitzen, wenn er nicht einschlägt. Aber sollte er halbwegs einschlagen und seine Tore machen, dann ist er klar vor einem Füllkrug. Deutlich bessere Anlagen und schießt halt auch noch mal zehn Buden mehr, wenn es läuft. Also gut, das soll es dann für das heutige Video hier gewesen sein. Und schaut auch gerne in das letzte Video nochmal rein und dann sehen wir uns die nächsten Tage noch wieder vor der Kamera. Bis dann und ciao, ciao.